Hallo? Hast du eine Meinung? Ja? Das ist ja schon mal gut. Wir haben ja zum Glück eine Demokratie und jede Stimme zählt. Du kannst mitbestimmen, wie die Zukunft bei uns ausschauen soll. Also, mach mit und geh wählen! Dies ist ein Wahlaufruf zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Nutze deine Chance. Geh wählen!